Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Land 6 Golden Coins, heute mit dem finalen Part. Wir haben alle Münzen gesammelt, es geht ab zu Mario. Hier bekommt der Name Safe State eine ganz neue Bedeutung, denn hier, oh mein Gott, wird das Spiel schon ein einiges schwieriger. Das war Fail. Nein, ich will nicht weglaufen. Nein, hier, wieder hin. Wir haben jetzt noch 25, glaube ich, mal Mario. Das sollte eigentlich reichen, aber naja, ich werde hier, dass wir das nicht jedes Mal in Form machen müssen, natürlich die Safe States benutzen. Ich tue mir nach wie vor schwer mit der Steuerung und ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht geklappt hat. Aber den ersten Teil sollte ich eigentlich schon noch mal so schaffen. Aber das hier ist einfach auch schwierig da. Klasse, wieso gehe ich da zurück? Ja, gib Gas. So, wieder den Pilz holen und rennen. Und hier muss ich gleich sterben. Ich setze mal, ich setze mal Safe State auf Speicherstelle 2. Hier muss ich auch gucken. Na super, wie ich hier am besten springe, ja toll, jetzt ist das Ding hier da, achso, so komm ich runter, okay, und vor dieser Röhre seh ich euch lieber auch mal, ich weiß nicht, was mich da erwartet, insgesamt bin ich sehr, naja, dieses Level hab ich noch nie gespielt eigentlich, wenn hier nicht geht, und ja, ich würde sagen, es wäre immer wieder Zeit für einen Power-Up, ja, das sieht doch hier gut aus, hier war ja jetzt nicht viel, okay, das hier ist wieder gemeint, glaube ich, wobei, nein, der Propeller hier geht sogar noch, einfach ducken, und dann komm ich hier rüber, ach scheiße, und hier, im richtigen Moment springen, so, der hier ist gemein, da, ich sicher nur, dass ihr das nicht hier, äh, dass ich das hier nicht, ja, hundertelang hinzieht, okay, ich hab's echt gut geschafft, muss ich sagen, ihr seht's ja immer, wenn ich hier unten sichere, ich mach's lieber öfters, es geht zu wenig hier, oh, super, achso, okay, ich darf hier, nein, genau das nicht, weil die dann komm die nicht, auch mal ne coole Idee, und, da, oh Gott, das wird immer gemeiner hier, ähm, zack, 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 naja, wenn man einigermaßen treffsicher ist, müsste das sogar gehen, und die Taste nicht hängt, okay, diesmal lief's echt gut, ich bin mal, okay, der schießt gar nicht, gespannt, weil in diesem Level muss ja dann eigentlich auch der Bossfall sein, okay, jetzt bekommen wir hier sogar die Blume, was zur Hölle ist das? Ich hab gerade den Schuss irritiert, okay, die machen eigentlich gar nichts, ich dachte, die lösen sich auch auf, darf hier nur eigentlich nicht so hoch springen, und das, da versage ich, okay, ich speichere das, obwohl ich klein bin, und hier, würde ich mal behaupten, einfach durchrennen, oh ja, einfach durchrennen, dann ist das ganz gut möglich, so, und den, ja, wenn wir einfach drauf springen, dann ist das ganz gut, aber einmal reicht nicht, das ist quasi so ein Zwischenboss, okay, aber der war nicht schwer, das ist schon schwerer, da es zwei sind, dann muss ich, hä, ich komm ja gar nicht an die ran, ich muss jetzt sagen, dass es sehr viel Lack dabei war, okay, jetzt ist es noch einer, ja, Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen, als ich mich am... ...gekratzt habe. Das war nur einer. Und jetzt wechseln wir ihre Bahn. Ja, dann könnte es ja wenigstens wieder... ...nett, du hast es einfach so sein. Den hab ich jetzt irgendwie nicht getroffen. Pech. Und das Sprecher liegt mal da drin. Musst hier jetzt nicht durchlaufen. Zack, zack. Zweimal. Perfekt. So will ich das sehen. Naja, so nicht. Die Musik gefällt mir aber irgendwie... ...für diese Bosse. Auch wenn ich nicht so ganz weiß, was das hier darstellen soll. Okay. Ich hatte gerade ein paar kleine Fehler. Muss ich... ...rausschreiten? Das kann es doch nicht sein hier! Das ist nicht der Endboss. Das ist hier... ...eigentlich noch einfach, schätze ich. Im Vergleich. Aber ich... ...s versagt trotzdem. Ich muss sie jetzt mal sichern. Wenn ich sie treffe. Da ich so... ...schlecht bin. Okay. Und sichern. Der ist weg. Nein, das war der andere. Okay. Und sichern. Der ist nun weg. Und fehlt hier nur noch der. Wow. Gut. Hier nochmal... ...ein Pilz für mich. Und hier... ...sind wir bei... ...wahn. Ich habe ihn gleich einmal getroffen. Ich habe ihn zweimal getroffen. Er stankt mich hier nur so. Jetzt... ...habe ich ihn dreimal getroffen. Er hat mich einmal getroffen. Und er haut ab. Hinterher... Oh, hier. Gibt es noch ein... ...Memorie für uns? Oh. Mein. Gott. Er holt sich auch ein Power-Arber. In Mario kann man nicht springen. Gut. Das macht das Ganze jetzt... ...wenn ich auch nicht schlechter, wenn er hier... Und... Oh, Gemeinheit. Ha. Aber... Und... Oh, Mann. Auf ein neues. Einmal. Zweimal. Komm gar nicht dazu, zu selbst setzen. So lass ich es einfach. Dreimal. War's das? Nein, er haut wieder ab. Komm, ich bin mal in die Pilze. Also doch... Sprinten, natürlich. Oh, jetzt holt er sich eine Feuerblume. Ja, super. Einmal. Und... ... jetzt nochmal zweimal. Gut. Und jetzt hat er mich getroffen. Verpackt. Also ich muss sagen, das Level ohne Self-State... ...müsste ich mich ganz schön anstrengen, weil ich lange brauche dafür. Ich muss das hier... ... erst noch zu Ende bringen. Okay. Mach kurz auf... ... meine Pa... ... jetzt werden wir das noch wohl schaffen. Jetzt kommt der... ... okay, er hat uns aber auch an ihn gezockt. Wir sind wieder klein. Was? Dritte mal? Ich meine schon. Und er ist... ...klein. ... du Armer. Und er wirft uns mit seinem Schuh ab. Ach nein, eine Wunderlampe ist das. Und das Schloss verändert sich. Es ist an sich genau das gleiche. Nur nicht mehr dunkel. Und das... ... wie... ... dreht sich um. Mario. Ja. Das ist das Ende... ... dieses Spiels. Thank you, Mario. Your quest is over. Ja. Da laufen jetzt noch die Credits durch. Die lasse ich für euch noch hier... ... laufen. Aber ich werde... ... sie nicht mehr... ... kommentieren. Wir sehen uns... ... in einem neuen Projekt. Ja, ich kann eigentlich noch ein bisschen drüberladen. Wir... Ja, ähm... ... die Frage ist... ... was mache ich als nächstes Projekt? Ich habe momentan das Problem... ... dass... ... na ne, da mache ich noch ein extra Infovideo. Das ist auf jeden Fall ein Projekt... ... von mir gestoppt werden muss, weil... ... der Spielstand... ... äh... ... den Spielstand muss ich wieder neu herstellen. Und auf jeden Fall... ... werde ich... ... drum ein anderes Projekt einschieben. Das könnte eigentlich Pokémon werden. Pokémon Blau, Rot oder Gelb. Muss ich mir noch überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit Nico ausgemacht hatte. Aber ich glaube... ... es wird auf Pokémon Rot hinauslaufen. Ähm... ... das nächste Game, wo hier ja... ... in der Mario-Reihe folgen wäre... ... wäre Super Mario Land 3... ... oder Super Wario Land. Könnte ich auch machen. Habe ich auch mal gespielt. Bin ich aber nicht wirklich gut. Aber könnte natürlich auch noch kommen. ... muss ich mich mal nochmal... ... umgucken in dem Game... ... ob... ... ich da Lust drauf habe. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie lange diese... ... Credits hier noch durchlaufen. Ich könnte sie eigentlich auch für euch rausschneiden, aber... ... ich würde sie eigentlich schon ganz gern drin lassen. Aber in dem Fall... ... genieß die Credits, ich halte einfach meine Klappe. ... und ich würde sie auch mal sehen. Presented by Nintendo Das müsste jetzt dann noch auch Genau, Mario Land 2 Nintendo Das müsste das Ende der Credits gewesen sein Und ich meine jetzt Es müsste eigentlich auch noch was kommen, oder? Kann ich das nicht irgendwie Überspringen hier? Wenn ich hier vorspringe, passiert auch nichts Nein, ich glaube ich Hab das Spiel jetzt einfach durch Ich speichere das ab hier nochmal Falls ich noch was vergessen habe Aber ansonsten Bleibt uns treu Schaut weiterhin unsere Videos Wir sehen uns, bis dann, tschüss